So, herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Ich bin jetzt ein Level, glaube ich, oder jetzt gerade zwei mehr geworden. Also, wirklich viel bringt das nicht. Naja, wer weiß, ich... Oh, da kommt der Riese angerannt. Ich hoffe, der macht uns nicht so viel Aua. Äh, egal, ich töte den jetzt. Was willst du denn? Ey, Freund. Komm, ich krieg den doch. Oh, abgewehrt. Jetzt, beim Riesen, verbessert der Blucken direkt. Boah. Boah, der ist stark. Aber komm, vielleicht schaffe ich den ja mit ein paar Trinken. Hm, starke Heilung. Nein, so knapp. Oh, schade. Ich hatte den fast. Soll ich es nochmal versuchen? Komm. Ich hab voll geblockt. Ich brauch den Zaubertrank. Blocken. Heilung. Boah. Und da fliegt er, so nenne ich die Folge. Gut, das war's. Das war der Versuch. Und der mal brech und so. Ich mach das jetzt auch noch nicht, ey. Ich mach jetzt irgendwas anderes. Ich mach die Hauptquest, weil... Da wurde ja früher was gelöscht. Und jetzt darf ich das nochmal neu machen. Bringe Steine von... Nee, trifft weg. Bringe das Horn zu Angai. Warte. Bringe Dravena Frost. Dann mach ich eben das hier. Nein, das wollte ich nicht machen. Dann mach ich eben das hier. Ähm. Ja, tut mir leid. Kein Special, bla bla. Ich hab nur angefangen, den Dämmerbrecher zu holen. Aber ich hab mir überlegt... Ich mach jetzt die Hauptquest ein bisschen weiter, bis ich Fußro da kann. Das ist ja jetzt sofort. Dann mach ich, glaub ich, die Diebesgilde weiter. Aber ohne zu schleichen ist die Diebesgilde auch ein bisschen kacke. Hm. Ich rüste mich gleich erstmal aus. Weißt du, durch dieses... Ich hol mir Dämmer und Zauberbrecher hab ich eigentlich echt nur Verluste gemacht. Ich hab massig, massig Geld ausgegeben, weil ich dachte, schwere Rüstung machst du ja am Ende die Hedera Rüstung plus diese coole Endmaske da. Von diesen neuen Hölzern und Masken. Obwohl ich das eigentlich auch machen könnte. Vielleicht auch sollte. Vielleicht auch werde. Wer weiß. Ähm. Ja, ich glaub ich mach die doch schon noch. Hm. Auf jeden Fall werde ich mir jetzt erstmal den dritten... das dritte Teil von Fußro da holen. Also da. Und das ist auch cool. Hallo Freund. So kann man auch alles skillen. Hach. Sorry Freund. Schnell speichern, sonst werden gleich aggressiver auf mich. Da hat man auch schon gesehen, da levelt man so ab. Kann man das auch so machen? Schleichen auf 24. Aber das glaub ich auch ein bisschen... Oh. Oh. Ey. Freund. Pff. Einfach instant. Ja, neu laden. Ey, scheiß drauf. Ich will jetzt nicht gegen ihn kämpfen. Gegen den alten Sack. Ich glaub der hat seine Tage. Folge. Ja. Okay. Folgt mir. Es ist Zeit euch in aller Form als... Ah. Pff. Ja, folg mir. Folg du mir. Kommst du. Ach du, ihr alle. Folgt mir. Ich hab das ja vor... Ich hab das ja letzten schon mal gespielt. Jetzt schreien die mich alle an und dann hab ich da. Dann ist die Folge wahrscheinlich vorbei. Mann ey, das ist Folge über Folge. Mach ich nur... Mist. Die sind halt... Weißt du aber... Mach ich so kurze Folgen? Mach mal längere Folgen. Aber wenn ich längere Folgen mach, dann guckt die eh niemand. Außer vielleicht eine bestimmte Person. Find dich super. Mit Abkürzung SS. Nazi. Nein. Mark ist ja der Nazi. So. Reden. Achso, mit dem... Der spricht eh nicht, ne? Oder? Kann der... Kann der reden? Ne. An... An... Nicht ein, oder? Der hier konnte sprechen. Aber achso, von dem krieg ich den Entscheid. Ja, ja. Mach ich. Bla, bla. Ja, drücken. Unerbittlich gemacht. Drücken. Passen. Ja. Und so weiter. Gib mir einfach deine Macht, dann bin ich hier weg. Nein. Empfang den Gruß der Gorbärte. Erstmal will ich... Oh. Jetzt kann ich das nicht mehr machen. Mhm. Ja, dann lass mich... mich bewegen. Achso. Nur wenige können der entfesselten Stimme der Graubärte... Mhm. Boah, ich hasse das echt. Hä? Oh. Oh. Humbug. Oh. Achso, jetzt sprechen die sogar. Sonst sprechen die ja nie. Oh. 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 Falls ihr euch fragt, was dieses... Jetzt halte ich es extra nah ans Mikro, damit es ultra laut ist. Nein, das ist das Controller-Dingsbums. Weil ich jetzt auch angefangen habe, mit dem Controller zu spielen. Das ist eigentlich echt... Ich finde das zumindest um einiges besser, äh, mit dem Controller, bis auf zwei Sachen, und zwar, ja, ich lasse die im Hintergrund mal labern, und zwar, ähm, wenn man Bogen schießt, dann ist das ein bisschen härter zu zielen, finde ich, mit dem Dingens hier, mit dem rechten Stick anstatt mit der Maus, da geht das also schon um einiges präziser, mit der Maus. Ja, blablabla, mit dem, ach so, okay, das Horn von Jugendwinterrufer, ja, fertig, hm, ich kann mich verpissen. Und, äh, wenn man Blocken auf 100 hat, dann weiß ich, man kann gleichzeitig blocken und rennen, dann rempelt man die Gegner so um, dass sie auf die Fresse fliegen. Und das geht auch nicht so gut, weil man dann ja LT und, also so, LT plus LB drücken kann, aber ich kann noch nicht rennen. Und guck, entweder rennt der jetzt, oder der blockt, jedenfalls, äh, für Playstation-Spiel da L2 und L1 muss man dann gleichzeitig drücken, und das ist halt auch ein bisschen blödi, blödi, blödi. Ähm, Kill-Create, nein, 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 nein. Hm. Ich mach jetzt das da, genau. Schon ein bisschen die, was killde. Und dann ist die Folge nämlich auch schon vorbei. Mann, ging das schnell heute. Das ist auch noch die zweite Folge, ich nehm jetzt, ich produziere jetzt ein bisschen vor, ey, ist jetzt egal. Vor allem, ich kann bald gar nichts mehr aufnehmen, weil von Minecraft haben wir in zwei Tagen knapp 20 Folgen aufgenommen. Also 17, glaub ich, oder 16, 16, 17, 18 ungefähr, so viele. Ähm, also um die 15 Stück. Und, das ist richtig krass, wie viel wir aufgenommen haben, in zwei Tagen. Und, ich muss, ich lade ja nur ein Video am Tag hoch, beziehungsweise außer heute, heute erwartet euch zwei, mein, gestern, hat euch zwei, haben, äh, gestern gab es zwei Minecraft-Folgen. Heute gibt's eine Skyrim. Also, die Folge lade ich ja sozusagen morgen hoch, also für euch heute. Und warum muss ich da unten hin, ne, ich muss hier jetzt die Diebsgilde. Guck mal, ich weiß das schon. Ähm, warum mach ich weiter? Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.